Herzlich Willkommen im Stuckgeschäft Ottemeier. Ich bin seit 1992 selbstständiger Stuckateurmeister. Wir sind ein klassischer Stuckateurbetrieb, in dem wir diese klassischen Innenputz-Außenputzarbeiten machen, den Trockenbau, Stuckarbeiten, Fassaden, Sanierungen, Kellersanierungen durchführen. Wir sind ein Stamm von zehn Mitarbeitern. Wir haben drei Stuckateurmeister bei uns im Betrieb. Unser erster Auszubildender aus Mirak ist jetzt in der Zwischenprüfung mit einer Eins nach Hause gekommen. Zu den klassischen Stuckateurarbeiten machen wir auch noch Bautrocknung oder Bauschadensbeseitigung, Wasserschadenbeseitigung, Dämmstichtrocknung, so dass der Terminplan vom Architekt, der immer kürzer gesteckt wird, eingehalten werden kann. Wir können im historischen Bereich Abformung, Rekonstruktion vergießen. Wir können auch genauso gut Neuerstellungen und nach Wünschen des Bauherrn herstellen. Als öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Düsseldorf bin ich seit 1997 unterwegs. Wir haben eine Flugdrohne für Befliegung von Objekten. Wir besitzen eine 3D-Kamera. Wo andere aufhören, fangen wir gerade erst mal an.